Kaiser 6-4 hat es aus dem feindlichen Gebiet geschafft. In der Zwischenzeit konnte Agent Mike Rodriguez wertvolle Informationen sammeln, denen zufolge das Regime in einem der Lager Pläne für den Bau eines nuklearen Sprengkopfes aufbewahrt. Sergeant Tyler Wells wird gemeinsam mit Rodriguez versuchen, diese Daten zu stehlen. Und dieser Meinung bin ich natürlich auch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Sniper Ghost Warrior. Ähm, ja, das war genau. Beugen Sie, meine Lager zu erreichen, müssen Sie gleiche, die für mich sehr stark sind. Achten Sie auf Gegner und Patrouillen. Los. Okay. Ähm, ja, erstmal ein bisschen den Stuhl hier, ein bisschen anders hinrücken, der quietscht zur Zeit so sehr. Ich glaube, den muss ich mal öhlen. Ähm, ja, wir sind jetzt, also für mich ist das jetzt die letzte auch noch mit Ewigkeiten her. Ähm, für euch ist die letzte Folge, also ich habe jetzt im Moment, wie ich jetzt aufnehme, habe ich bereits einen Monat voraus aufgenommen. Also da könnte man sehen, wie fleißig ich doch bin. Ja, ne, es liegt eigentlich daran, dass ich im Moment auf Minecraft gar keine Lust habe. Und da jetzt heute auch schon, also gestern auch schon, äh, elf Folgen vorausproduziert habe. Oder zwölf beziehungsweise. Hinter der Brücke sind Feinde. Schalten Sie sie aus. Ich bin das Spiel schon gar nicht mehr gewohnt. Ja, sehr schön. Sehr gut. Weiter jetzt. Äh, C ist nicht ducken. Da ist ducken. Okay. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und die schlechte Grafikengine ist natürlich auch noch da. Ist aber auch irgendwo logisch. Ich meine, wo soll es denn hin? Was haben wir denn da? Eine MD97, was auch immer das für ein Ding ist. Oh, da ist ein Ding. Ich glaube, wir müssen jetzt hier aufpassen. Du musst dich schlafen, um zu creierst. Okay, tranquillisch. Ich bin ja. Ja, ich bin sehr tranquillisch. Komm mir an, wenn du da bist. Okay, dann lasse ich dich eben nicht aus-telefonieren, sonst telefoniert er noch mal eine Stunde. Zwei Gegner auf 9 Uhr. Warten Sie, bis Sie sich aufteilen. Einzelnen können Sie sie leichter ausschalten. Auf 9 Uhr? Also ich weiss nicht, wo bei dir 9 Uhr ist. Schalten Sie sie aus. Jetzt! Würde ich ja, wenn ich wüsste, wo der andere ist. Hm. Und jetzt der andere. Und wo ist der andere? Gegner nähert sich. Machen Sie sich bereit. Es ist eine Energie! Ach, da ist noch einer. Ach du Scheiße. Gib er Ruhe, sag ich. Oh yeah. Double kill. Multi kill. Over kill. Killing spree. Oder so ähnlich. Kann ich da irgendwo laufen? Ah ja, genau. Ich hab bestimmt wieder alles vergessen. Whatever kein wichtiger exemplaren. Didedam, didedim, 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 treneddim, dem, den, dödem, dün, den, dün. So. So, mal ein bisschen die Gegend um erkunden. Geht auch nicht. Okay. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie absichtlich dann später noch einstürzt. Ah, im Moment aber nicht. Mach ich. Erst muss ich... ...einen Headshot verteilen. Sehr schön. Na logisch. Sie müssen zu dem Turm. Es ist eine perfekte Scherz-Schatz-Position. Säubern Sie das Gebiet von dort aus. Okay. Das war beinahe knapp gewesen. Ja, natürlich. Mach mal, nochmal. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Okay. Es ist eine perfekte Scherz-Schütz-Position. Säubern Sie das Gebiet von dort aus. Na, selbstverständlich. F5. Headshot hier. Du bist da an der Sack. Ist ja schon. F5. Jetzt zeigt es mir an, dass wir da drüben noch einen Gegner haben. Einmal bitte Headshot. Oh, yeah. Und da oben. Oh, das wird ein schwieriger Headshot. Das Gebiet ist sauber. Sie können weiter. Okay. Ach du Scheiße. Dann machen wir lieber nochmal kurz F6. F6. Dann gehen die wir so runter. F5. Wunderbar. Ach nee. Das habe ich doch schon die ganze Zeit gesagt. Okay. Das scheint es gewesen zu sein. Sonst gibt es ja nichts. Nein, keine Feinddateien. Okay. Ich warte hier. Bin wieder da. Okay. Weiter geht's. Ja, ja. Wir gehen hier einfach ganz normal durch das Dorf. Du hast wären wie ein Passant. Kriechen Sie unter die Hütten. Hä. Halten Sie den Kopf unten und sein Sie vorsichtig. Ihr Ziel befindet sich ganz im Osten des Dorfes. Und vermeiden Sie jeglichen Kontakte. Es sind zu viele für ein offenes Feuergefächt. Wenn er das sagt. Wenn er das sagt. Aber die werden eigentlich kein Problem. F5. Hier scheint irgendwo einer zu sein. Äh. Machen wir davon nochmal kurz F5. Ich meine, der zieht mich jetzt aber auch nicht an. Die Hütte liegt direkt vor Ihnen auf dem Hügel. Seien Sie vorsichtig. Ich lasse den mal leben. Und begeben mich lieber mal nur da oben. Weil man da so geile Headshots verteilen könnte. Wow. Das ist so eine geile Animation. Raten Sie den Download der Dateien ab. Dann schaffen wir sie daraus. Er schaut sich nicht mehr in dem Gebäude um. Schnell. Okay. Dann pumpen wir uns erstmal so. F5. F. Ach du Scheiße. F6. Okay. Sie wurden entdeckt. Machen Sie, dass Sie da rauskommen. Auf Ihrem GP jetzt finden Sie einen Fluchtweg. Was geht? Na Peleck mich doch. Sie wurden entdeckt. Machen Sie, dass Sie da rauskommen. Auf Ihrem GP jetzt finden Sie einen Fluchtweg. Leilung. Los, los, los. Ja. Ja. Gut. Dann müssen wir doch ein bisschen... die kommt noch jemand ich glaube dann mal nichts ok f5 nicht anhalten durch das feld laufen sie los ich soll da runter ok da ist wasser ich vermute mal wenn ich untertauche was nicht geht ja natürlich ist gestorben dann wird die information kann aber auch nicht schießen leben kann ich auch nicht tun du hast keine chance wir sollen das gehen ich meine hier kannst du nicht lange warten da drin ist keiner na gut f5 ok doch nochmal f6 und jetzt sehen wir gleich ja ich habe mir noch die langkarte nochmal das möchte ich jetzt noch mal zeigt man auf die langkarte es ist da wo ich jetzt bin kein roter punkt oder da ich drehe mich da noch keine rote punkt sobald ich ins wasser springt sagt zwei gespawnt wo kommen die hier das ist so ein schwachsinn das ist der größte schwachsinn das ist so ein schwachsinn das ist so ein schwachsinn das ist so ein schwachsinn natürlich gehen sie den fluss entlang aber halten sie die augen offen der feind könnte sucht rufen so subscribe ARD Text im Auftrag von Funk